Eieiei, und damit herzlich willkommen zurück zu The Forest, hier war nichts drinnen, naja, es leckt am Anfang immer wieder ein bisschen, wie immer, muss ich kurz erst regenerieren, ja, herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, oh, ist das denn? Gelber Pilz, nicht giftig, merken wir uns, gelb und braun, ok, und innerhalb meiner Behausung fangen langsam an Pflanzen zu wachsen, das will ich ja eigentlich gar nicht so sehr, aber die Pflanzen denken sich so, pff, mein Gebiet nehme ich mir, äh, ja, ich habe noch eine interessante Neuerung, uh, ja, aber hallo, Nicht Eid Mitnehmen Ja, ist ja schön, wir haben blaue Bären in unserer Behausung Das gefällt mir doch außerordentlich Nein Ich habe extra nach oben geschlagen Nein, nein Ich passe noch extra auf So, die esse ich mal, die blauen Jetzt können wir, ich habe mir neue Dinge entdeckt, dazu muss ich aber erst mal Jetzt einen Schädel besorgen Also, wir müssen uns einen Schädel besorgen, ich hoffe ja, dass da unten im Dorf vielleicht Schädel sind, die man sich nehmen kann Ach ja, das ist der Bug mit den fliegenden Enten Den schwimmenden fliegenden Enten, den kenne ich bereits Den habe ich Oh, ist das drin Alles einsame, was geht Ich darf die Zweifel sagen, ich weiß Ich habe mir nämlich heute eine Folge wieder angesehen von Gregor Onk Da weiß ich allerdings erst mal, dass man, also man kann sich die Rüstung, die, man kann sich diese Stealth Rüstung Ähm, mehrmals machen, habe ich rausgefunden, man kann die sich anziehen Wir sind momentan voll ausgerüstet, also bringt es uns nichts Aber, wenn man sich voll ausgerüstet wäre, dann können wir uns die komplett Stealthy Oh, guck mal, wer da oben ist Zwei Einwohner, wie es aussieht Soll mich aber nicht stören Na nun, wer liegt denn da Ah, die kommen hier runter Na gut Dann kommt mal runter, Jungs Aber ein Stock Ich will mal gucken, ob das auch mit der funktioniert Und zwar habe ich gesehen Man kann sich jetzt so Eilen, viel haben wir davon Eins, zwei, drei, vier, fünf Eins, zwei, drei, vier, fünf Das geht mit allem Das ist ja geil Und zwar, für jeden Zahn, den wir da an die Axt machen Bekommt die Axt einen Schadenspunkt mehr Alter, wir haben Das wird eine sehr, 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 sehr starke Axt Hähne ich mal auf Nur so, weil ich es kann Alter, das wird eine What the fuck Das wird eine verdammt kräftige Axt Okay Und dann kann man auch Federn dran machen Das geht über den Ach nee Gott, was mache ich denn Äh, wunsch Muss nochmal rein Das hat sich so mit dem Festgepackt Wir nehmen jetzt mal Was kann man da machen Blue Paint und Orange Paint Also hier da auch stimmt Können wir jetzt Blue Paint machen Da können wir jetzt die Axt zum Beispiel Das weiß ich noch von alleine Die können wir blau machen Ich weiß nicht, ob wir eventuell Probiere ich mal aus Ach, mehr haben wir gar nicht, schade Ähm Ne, und zwar wollte ich das Das, das, das Das, drei Und eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Dann haben wir noch Fünf Und fünf Und fünf Und fünf So Jetzt haben wir hier eine Axt mit Anscheinend Mächtiger Wach Jetzt gucken wir mal eins kurz Die schlägt sehr langsam momentan Aber die muss Immensen Schaden einfach nur machen Erster Tod Wo soll er hin Und das habe ich rausgefunden Und das habe ich im Kronkild-Display gesehen Und dachte mir Ey, geile Sache, Dude Ich muss die Köpfe mitnehmen, gell Der rollt da noch eine Weile Der andere rennt Wohin, weiß ich nicht Auf jeden Fall haben wir als Eine mega mäßig Scharfe Waffe Ich begebe mich jetzt erst mal schlafen Dann holen wir den Kopf von da unten Und ja, wir würden, ich würde sagen Wir sind mega geil ausgerüstet Ich hau da mal noch Den Kopf dran Dann geht es nach oben Hier wieder in den Boden gepackt So, dann speichern wir erst mal ab Wie immer Und legen uns dann erst mal schlafen Legen wir uns noch mal schlafen Und dann sollte es auch schon wieder Es bleibt anscheinend Nacht Die Frage ist, wieso? Wieso? Hase? Hase? Wieso bleibt es nacht? Wieso? nee es bleibt nacht irgendwo muss einer dieser munteren gesellen sein ich gehe mal nach unten weil ich mich mit der neuen waffe ehrlich sagt ein bisschen weniger fürchte wir machen mal an wo ist denn unsere fräfärfte konstruktionen da hinten so frage ist jetzt natürlich ich will gerne einen los knubsen ach guck mal die bleiben hängen gar nicht gemerkt die bleiben hängen ich finde es geil wie hier einfach jeder baum rumbackt gerade an dem wir angebaut haben so sieht mich aber ehrlich wirklich wirklich mich interessiert viel mehr da muss man noch ein stück zurückgehen und dann muss man springen wo denn der vermeintliche übeltäter ist wegen dem wir nicht schlafen können ich habe etwas im auge kleinen moment es ist so groß wie ein felsbrocken so ist ja bei mir übrigens gerade sehr nachtig und ich würde mal ich riskiere mal feder mich auf die jagd nach federn zu machen kann man die auch einsammeln geht auch ok das sind blaue da war noch blaue böse busch so das würde ich dazu mal sagen vogel feder wir brauchen unbedingt ein paar federn und die versuche ich mit einmal zu holen ich bin gerade ein bisschen leise ich weiß das liegt aber daran ist das der jetzt aber immer giftig der war dann gelber das liegt aber daran dass ich herausfinden möchte wo der störenfried ist und dass ich da ein bisschen ruhiger sein muss die kann man essen ja kann man essen super und die wachsen direkt vor unserer haustür wenn man neu lädt kommen anscheinend auch neue viecher wichtig ist mir halt dass wir die axt und deswegen gehe ich mal ganz kurz ins inventar dass dass wir die axt deswegen gehe ich mal ins inventar dass wir die axt schnell schwingen können wir haben jetzt sechs neue federn die nehme ich auch gleich mal alle sechs und dann mache ich eins zwei drei vier fünf sechs und somit soll man die axt schneller schwingen können ich habe auch das gefühl das funktioniert geht auf jeden fall schneller als vorher und die macht auch damit ich habe gesehen wir haben wir mit zwei schlägen platt gemacht und ich habe jetzt selbst vor den großen muss ich sagen nicht so viel angst mit der stealth aber die momentan haben kann sich aber auch schnell ändern ich weiß es nicht ich würde jetzt einfach mal nachts unterwegs sein wollen und es so ein bisschen herausfordern wollen wir sind noch nicht gestorben das heißt wir haben sowieso noch einen bonus leben sage ich mal ich will echt den arm haben aber ok das bein kann man nicht nehmen jetzt suche ich echt den kopf gerade Tisch kann man nicht kaputt machen habe ich glaube ich schon mal probiert dann schauen wir uns hier doch mal so ein bisschen um es gibt ja noch eine andere achse ich gucke mal ob ich eventuell die auch finde dann sind wir doch einfach mal nachts am strand unterwegs wir haben ja genug wir sollten auch noch ein snickers haben wir noch dabei noch ein paar bären die können wir auch essen also von daher sind wir gerade recht gut verpflegt eigentlich und am strand sehen wir auch wenn uns was begegnet na also wolke ist leider vorher nicht mehr aufgetaucht der war einkaufen ist nicht wieder gekommen beim einkaufen vor schollen es tut mir leid hase du bist süß aber du musst fürs jetzt bei leider dein leben lassen das geht leider nicht anders das haben schon ich hätte nicht gedacht dass wir den hügel hochkommen interessant hier kann ich mal wenn ich einmal dabei bin die einzusammeln ich will die nicht essen ich will die einsammeln super so kriegt immer drei ich will mal gucken wie die blaue axt aussieht oh die sieht blau aus oh und ich würde mal also mit der kann man sich auch ganz schnell bäume schlagen kann ich mir vorstellen und ich würde mal gucken wir haben wir haben eine menge batterien dabei deswegen nehme ich mal die taschenlampe momentan oh mitnehmen sie ist mir doch ein wenig sicherer muss ich gestehen wahrscheinlich kann ich aber auch schon entdeckt werden ich bleib mal nachts lieber am strand also ich bin zwar lebensmüde aber so ein bisschen gehirn darf man mir auch zutrauen so man kann ja auch die kann ja als feuerzeug wieder nehmen auch geld haben auch wieder gefunden können wir wieder schön geld verheizen wir sind ja auf der suche nach einem schädel das sieht zwar lustig aus aber leider keine schädel auch das ist kein schädel da sind dann die müllcontainer auch das ist wieder etwas schädel ähnlich ähnlich oder ich muss mal anders ausdrücken ich suche keinen schädel sondern ich suche einen bis ich komme her boah kann nicht sein man musste dich mal töten habe ich gerade gesehen man kann auch einfach warten bis die federn fallen lassen ist aber höchstwahrscheinlich nicht so lukrativ gyronimo kann man jetzt irgendwie noch essen ne nur die federn das wars ich gehe noch mal zum inventar wir haben wieder wir haben wieder 5 dann 1 2 3 4 5 oh das kann nicht sein 5 1 2 3 4 5 so und dann wird es auch langsam wieder Tag und dann liegt wieder eine Leiche der mit dem Limmelmann stirb wir haben ein paar Zähne Knochen Geld 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 gib mir das Geld Uhhh Fehler 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 Ich glaube so viele Fehler habe ich nicht bekommen davon Jetzt habe ich an den Fehler geguckt und habe deswegen die Möwe verpasst hat es nicht erlegt ne Menge Geld ist aber echt mega sinnloses Geld weil es bringt den nur genauso viele Blätter komm her du saftiges Stück komm her Es ist wirklich lustig Dann nehmen wir uns mal den Lizard Skin Packen uns da den Spaß mal drauf Und craften den mal Remove Dann haben wir auch selber nochmal Ich weiß nicht wie man da Blätterlos werden soll So Moment Ich hab so viele Blätter Ich weiß gar nicht wohin mit dem ganzen Spaß So 1 zu 4 So Und 1 zu 4 Tadam Mit Rabbid Zeug können wir momentan nichts machen Headbomb Echt? Können wir machen? Eine Headbomb Die Hälfte haben wir Das geht nicht Seeds Use in Garden to grow plants Can be used for crafting Das funkt nicht Energie mix Vielleicht Beeren Was ist das überhaupt? Chicory Freezer geht nicht Das geht auch nicht Blends geht auch nicht 2 vielleicht Geht auch nicht мат T判 Algo haben wir schon mal mit glaube ich Twin Berries Mых Um keine ahnung arrows in klappt kräfte ist die klappt kräfte kann ich sagen stopp mich aber auch nicht wirklich weil ich sehe lego an ist ist den scheiß an die riegel machte lego am blatt gesagt so wir brauchen aber immer noch den schädel den schädel das ist wieder alkohol wieder aufsammeln eine mechanische platte die haben wir noch gar nicht gefunden gehabt wenn man Glück hat findet man dem boot da drüben noch ein seil so ja ja ja